Der Urlaub assistiert an den Seitenlinien von seinem Kollegen Oliver Sachs und Lionel Haub. Den dreien wünschen wir eine gute und souveräne Leitung dieser Partie. Und jetzt kann es losgehen. Viel Spaß bei uns am Langenstein. Landesliga Südbaden Staffel 2. Eftelingen 08 gegen die U23 des Freiburger FC. Die Gäste aus Freiburg dürfen entscheiden. Ich habe Gelb dabei und Schwarz. Was wollt ihr denn? Ich nehme gern Schwarz. Was? Gelb liegt. Was wollt ihr? Ich wollt auf die Seite. Auf die Seite, dann habt ihr Anstoß. Faires, gutes Spiel, Männer. Welter, das ist für Spiel, gell? Werner, wir tauschen. Viel Spiel, viel Spiel. Ich habe eine gute Schwierge. Okay, so das ist das an. Genau, die Gäste. Was ist das? Achtung! Mach du Fabi! Hey Schiri! Mach doch mal! Mach doch mal! Klasse, mein Mann! Guck auf ihn, guck auf! Lass ihn nicht stehen! Nehmt Fabi linke Schulter! Legt Fabi! Ausländ, nach Ausländ! Weiter, weiter, Fußgauf! Ja, Felix! Ja! Ja! Ja, Luca! Ja! 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 Aufschluss! Bein, 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 Bein! Ja! Danke! Ja! Ja! 87, 10 Minuten. Wir haben einen neuen Spielplatz, neuer Spielplatz. Bereits zu eins. Vorsitzende mit der Nummer 31 in die Jahr 28. Vorab! Wir sind gut! Wir sind gut! Wir haben hier aufprobiert! Wir sind gut! Wir haben hier noch gut! Wir sind 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 gut!